Oh! Oh yes! Yes! Oh! 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 God! Herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Folge Kick It Out! Chains of Memories! So können wir jetzt mal mit Iyawenigkeit. Kurz einen Schluck nehmen. Und dann kommt alles so gut. So es kann frisch ans Watt gehen. Ich bin bereit, ich bin heiß. Es kann Lust gehen. Ich habe jetzt an meinem Deck ein bisschen rumgeschraubt und habe etwas geändert. Ich mache jetzt am Anfang den Brutalo-Move, quasi wie immer. Gefolgt von einer Feuerklinge und danach gefolgt einer Eisklinge. Ich würde sagen, es wird geil. Ich werde es gleich mal testen. Da geht es auch schneller. Ich glaube, wenn ich beim Boss dann reingehe. Kacke. Wenn ich dann beim Boss reingehe. Kleiner Pisser, Alter. Alter, das zockte richtig viel. Du kleiner Drecksack. Ja, fickt euch. Alter, dieser kleine Pisser, Alter. Hat er richtig viel gezockt. Dieser kleine Wichser. Oh, meine Kugel. Meine Kugel. Kugel, eine Karte. Wunsch-Gehirn. Das ist quasi das Schlüsselschwert aus Monstrum. Eine 4, nicht schlecht. Du kannst dich nur kotten. Das ist schon geil. Ich finde es geil. Okay, von dir kriege ich wahrscheinlich jetzt keine Kotte. Das penetriert dabei. Hier, friss. So, ist Ihnen jetzt dieses Scheißt-Tür. Ne, das ist die falsche. Hier war doch... Hier war... Ich muss erst hoch und dann rüber und... Oh, rotz. Okay, ich muss erst hier hoch. Jetzt haben wir ihn hier. Eine 6. Schwache Dunkelheit. Ich war aber keine schwache Dunkelheit. Ich will hier... Ich würde schon gerne mich irgendwie... Ich hätte schon hier ein paar Gegner seht, die ich schon bitte penetrieren kann oder so. Das war schon geil. Ich muss ja zugeben, es würde das nice finden. Na, kommt her, meine kleinen Freunde. Es gibt Schläge für jeden von euch. So, mal kurz warten. Genau. So, ihr kriegt den hier ab. Okay. Jetzt werden wir noch innern Eislinge abkriegen hier. Zack. Schläge muss es geben. Zack. Zack, den haben wir penetriert. Okay, du bist ein kleiner Wechser. Den haben wir krass penetriert. Ugi habe ich ja wie so immer. Der hält mich jetzt. Das ist geil. Der lebt noch. Alter, du Schmuck. Na, geht doch. Geht doch. Läuft. So, wir haben doch ein paar. Jens. Hä? Da ging es doch noch hoch. Dort vorne. Ich bin doch nicht dumm. Nein, hier geht es auch noch hoch. Es ist ein kompletter, nur ein langer Gang, okay? Ich bin natürlich die Herzlosen hier einfach. Rüber, zack. Du frisst die Feuerklinge, Assi. Ach, scheiße. Hier haltet euch ja. Wie die Schmucks, wenn ich eine... Hm, genau. Wenn ich eine Magierattacke mache. Betäubungsschlag. Zack. Gut, den habe ich krass penetriert. Der Rest ist eigentlich jetzt egal. Wir können locker jetzt locker runterspielen. So großartig passiert jetzt eh nicht mehr. Wir gucken zu einsammeln hier. Was haben wir denn hier schönes? Tausend brauchen wir noch. Na, das läuft doch hier. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Zack, den haben wir pinnt. Ich wollte gesagt, ich bin penetriert, mein Freund. So läuft das hier in Stadt Dänemark. Arena? Das sind doch noch mehrere. Geil. Kurz warten. Genau wegen denen. Habe ich dir nur runterge... Fick dich. Oh Mann. Du blöder Wichs. Ich will dich krass penetrieren, mein Freund. Moment. So, der habe ich schon gemacht. Oh Mann, ich hasse den Typen. Oh, ist klar. Ein Dreier. Geil. Okay, hat geklappt. Das war eigentlich schon so geplant, aber okay. Ja, seht ihr doch schon. Das läuft doch hier. Oh nein. Ich hasse diese Kackfischer. Die machen mal die ganzen Kumpus kaputt. Die scheiß Grün. Ich kann ja keine Magie machen. Das kotzt mich an. Ich werde mich flüchten wollen von denen, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Das kriegt mich ein an. Deswegen... Ich bin doch geschissen. 800. Ja, läuft. Nein, Simon. Ich bin schon unbequem zu sitzen, ey. Halt jetzt mal. Was ist jetzt schon denn, bitte? Was ist jetzt schon... Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, Claudi. Hier frisst die, du... Nein, was mache ich denn? Ich Opfer. Nein, verdammte Scheiße. Oh, ich bin so ein Opfer. Oh, ich bin so ein Opfer. Oh, ich bin so ein richtiges Opfer, Kind, ey. Fick dich, du... Oh, Mann. Wie schaust du die Grün? Die... Alter, die sind so kacke. Die heilen die Gegner. Ich seit... Fuck. Das war... Hab ich schon hingeguckt. Das ist ein richtiger Opfer, ey. Oh, ne Witz. Ich schaust die abgrund tief. Die sind kacke. Na, Rindu redet ich an, das sind die übelsten Opfer, aber... Wenn die halt noch so'n... So'n Fettnights Block haben... Den du einfach nicht zu fassen kriegst, ja? Sind die schon ein bisschen nervig, ey. Donut, komm her. Danke. Du hast vor... Alter. Danke. Danke. So, das ist jetzt Level für mich, Bitch. Die sind so nervig, die Grüne. Bei denen kannst du nichts machen. Das ist jetzt nicht so nervig, die Grüne. Alter, ich hab dich mit Zwill getroffen, Alter, was ist denn bloß los mit dir, du Opfer? Alter. So, gebankt haben wir die. Na komm her, zack, ist meiner. Einen Sipf rausch noch. Nee, kann man denn den Sipf schliessbrauch, okay. Nächsten bitte. Hier, die werden alle mitgenommen, hier, die Jungs. Hier, Feuerklinge. Oh, fuck, ey. Ja, geht, 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 geht. Ich hab schon Schlimmeres aufgedrückt. Die Hammer, die Hammer krass penetriert. Sack, hier, läuft. Sehr geil. Äh, ja, Kartenpunkte bei dich. So, ich würde gerne mein Eis garen, wieder ein bisschen vollständigen. Ja, ich. 25 bis 25 kann ich mitnehmen. Das sind 15, Alter. Wenn da jemand drüber kommen will, dann gute Nacht. Oh, ja. So, geil gekratzt. So, jetzt haben wir jetzt wieder... Natürlich wär's geil, wenn ich Blitzra-Platte und Blitzklinge. Das wär, Alter, das wär Zucker. Das wär Ultimo, Alter. Würd ich komplett ausrasten. Und wenn ich die Attacke Arrow noch hätte, Alter, dann würde ich komplett flitzen gehen. Aber richtig hart. Hier geht niemand stiften, mein Freund. Du Opferkind. Seht ihr das, wie schnell das geht? Bam, bam, in Format, zwei Kombination gezogen. Da ist die Sache geklärt, meine Freunde der Sonne. Da ist die Sache geklärt. Hier, zack, 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 zack. Hier, bam. Tod. So, haben wir schon wieder den nächsten Kombo in der Handtasche hier. Also, in der Handtasche. Oh, nee, der Handtasche natürlich nicht, ganz klar. Alter, ich bin ja der Freak. Nein, was mach ich denn? Ich voll fast. So, jetzt kriegst du den übelsten Eisgarten. Nein, ihr Affen! Das war der Gornal, an euch gedacht. Oh, nein, jetzt hab ich... Oh, nein, was macht das denn für den Müll? Oh, scheiße, ich hab' kein Tief. Das ist halt scheiße! Oh, danke, halleluja. So, es werden die penetriert. Zack. Ich hab' ja Zeit. Ich hab' ja Zeit. Ich hab' ja Zeit. Zack, hier, links, rechts, links, rechts. Schläge muss es geben, hier. Ihr habt doch gesehen, ich hab' den Feuer und das Eis hab' ich nicht zurückgekriegt. Weil, wie gesagt, wenn der so ein Special Move zieht, hier, diesen komischen Brutalhof, kriegt der eine starke Kotte nicht wieder. Oder überhaupt die eine Kotte nicht wieder. Du blöder Wichser, Alter. GESTERBEN! So, ich hab' den Move-Exception soweit gemacht, dass der dreimal zieht. Kann doch nicht alles schon gewesen sein, Alter. Und hier, dann fick dich. Doch, wahrscheinlich, Alter. Kreasser Typ, Alter. Alter, die geben 300 Erfahrungspunkte. Weißt du, wie schnell das geht für das nächste Level, Alter? Das ist unnormal. So, schön von Weitem. Bindtrill. Boah, ich hasse den Typen, Alter. Jetzt kommt doch mal hier. Das ist doch kacke, was ihr hier macht. Wichser. Alter, ich raste aus, ey. Ohne Witz. Die sterben! Danke, Alter. Geh' alle nicht zurück. Ich krieg' alle nicht zurück. Ich mach' jetzt einfach so Platz. Scheiße, ich hab' jetzt. Gib' mir jetzt schon auf den Sack. Na, wo eigentlich grün, meine Liebensfarbe ist, geh' die grün, finde ich mich so auf den Pisser. Das ist schon gar nicht mehr fach. Wegen den Pisser kannst du mal den Kompasskorn nicht ziehen. Du seid scheiße! Scheiße! Scheiße, grün, nicht so tief. Alter, der Typ, der, die in das Spiel rein gemacht hat, Alter. So, gebummst. Sei froh, dass ich dich ne finde, Alter. Sei froh, dass ich dich ne finde, ey. Die gehen mich so auf den Piss. Meine ganzen Kompasskorn beziehen dich ja nur auf Magie. Das ist ja die Sache, das ist ja das Problem. Echt natürlich jetzt mehr Clouds oder so, oder würd' ich sagen, uuuh, Alter. Ah, das sind nicht die Karte, die ich will. 6 und 7. 6 und 7. Hä? Kommt jetzt schon der Boss? Ich bin jetzt überrascht. Oh. Pinocchio, du Lümmel. Du Lümmel. Alter. Das Spiel ist ab 0. Du Lümmel. Du weißt doch, dass Schipetto Sorgen macht. Dass ich Schipetto Sorgen macht, wenn du alleine hier rumlungerst. Nee, herumlust. Jimmy war auch besorgt. Es tut mir leid. Was machst du denn, Juba? Suchst du was? Äh, ja. Ich suche einen Schatz. Nicht schon wieder. Aber Jimmy. Sei nicht so streckend mit den kleinen Jimmy. Wir versprechen dir nicht böse zu werden, Pinocchio. Willst du uns deshalb nicht, äh, willst du es selber nicht sagen? Ich habe keine Angst, äh, sag uns die Wahrheit. Vertraue, Guf. Ich habe, äh, einen Ausgang gesucht. Vater sagt, äh, sei glücklich, aber es ist meine schön, dass wir hier sind. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich möchte, dass man, äh, ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich, aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Alles klar. Deshalb musst du also lügen. Musstest du also lügen. Du hast es getan, weil du deinen Vater liebst. Jetzt musst du nur noch mutig werden. Er mutig sein. Was? Sagt Geppetto die Wahrheit? Mit etwas Mut schaffst du alles? Äh, nicht schaffst du das? Wenn du ihm sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Und wir helfen dir auch. Wirklich? Ihr helft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Jiminy. Und kein geheimnis Cremerei mehr. Einverstanden? Klar. Ich werde meinem Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Klasse. Dann wächst auch deine Nase nicht. Was ist los? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Pinocchio, lauf! Jetzt kommt schon der Boss. Pinocchio, wo bist du? Hilfe, ich bin gefangen. Was? Boah, ich hast den Boss, das kacke. Genau deswegen hasse ich den Kack-Boss. Genau deswegen hasse ich den Kack-Boss. Und ich counter die, Alter. Oh, meine Fresse. Du hast den Sack. Alter, ich penetriere dein Anus. Was? Ja, du hast keine Chance gegen mich, Bitch. Ja, ne, mach dich doch noch kleiner, du Afmarsch. Nein! Was mache ich auf dem Arsch denn? Ich habe dich mit einem gekottert. Ich habe dich mit einem gekottert. Ich werde mich scheiße fühlen, mein Freund. Alter, ich penetriere ihn jetzt so hart. Ist der pure Wahnsinn? Ja, du hast keine Chance gegen mich, Bitch. Ja, du hast keine Chance gegen mich, Bitch. Ich nehme meine Karten wieder und ich penetriere den Anus, Alter. Na, komm her! Hä? Na, komm doch her! Ich zeig dir, wo der Hase läuft! Ich zeig's dir! So, hier geht das! Na, wie ich ein geiler Boy bin! Das ist mir scheißegal! Ich penetriere jetzt! Ich penetriere jetzt so hart, du Affenarsch! Komm, du scheiß Krake! Nein! Der hat ihn gekottert! Der hat ihn gekottert! Der hat ihn gekottert! Der hat ihn gekottert! Scheiße, ich bin gerade am drehen. Ich kann gerade nicht. Oh, leck! Was ist denn hier los, Alter? Nein! Der hat ihn gekottert! Ich werde ihn gekottert! Das war knapp! Scheiße! Alter, das war knapp! Alter, war das knapp. Pinakio, sei tapfer. Wie? Gib nicht auf. Versuch dich nach draußen zu kämpfen. Sei tapfer. Okay, ich versuch's. alter das war richtig gut das war richtig knapp du scheiße hat er meine karten gekontert dieser richtige das richtige wichser gewesen binocchio alles okay die alles nur keine angst alles in ordnung ich klebe bloß ein bisschen aber ich habe eine tolle idee der erste hat mich ausgespuckt als ich rabatt gemachte das könnte ich doch auch mit monstrum das könnte darauf beim monstrum klappen natürlich mit etwas glück wusste der holz und zwar so raus aus tolle idee was bringen wir tiefer sein inneres vor und probieren wir es aus ich komme auch mit nein das ist zu gefährlich ach komm schon du solltest bei gipetto sein was nutzt ein monstrum zu entkommen wenn ihr beide wieder getrennt werdet über das das uns wahrscheinlich habt ihr recht seid bitte vorsichtig der wahrheit erhalten also richtig eng alter richtig ich bin echt fast tot am arsch alter das könnte ich lebensmodisch gebrauchen scheiße ich bin fast tot ist aber nicht in sache dass auf windows mein freund ich würde die grünen belle etwas mehr begrüßen das ist nicht dein erstes oder ja lebenspunkte lebenspunkte ja lebenspunkte kleine aber lebenspunkte wo muss ich überhaupt hin ich muss runter und dann rüber ok runter und rüber so ich werde jetzt runter gehen und dann rüber und dann so runter und rüber ok oh ja lebenspunkte geil ich freue gerade lebenspunkte tierisch ab gut ich würde sagen wenn ich den ball an der stelle im nächsten port geben wir dann monstrum entkommen es wird geil so ich wünsche euch einen schönen tag und renne das vorher king of the shade of memories mit zum kümmern ich bin schon einen schönen tag auf drei leute und macht irgendwas sinnvolles yeah ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020